Meine Kinder, kämpft! Steht nicht nur tatenlos da. Botschaft der Königin des Rosenkranzes an Gisela in Trevichnano Romano, Italien, am 10. August 2024 Liebe Kinder, danke, dass ihr meinem Ruf in euren Herzen gefolgt seid und im Gebet die Knie gebeugt habt. Geliebte Kinder des Himmels, es wird viel Schlechtes geben, das ihr in der Welt sehen werdet. Was in Fatima offenbart wurde, ist in seiner vollen Erfüllung. Meine Kinder, kämpft! Steht nicht einfach nur tatenlos da, kritisierend, nichts tont, wenn Gott von meinen Kindern abgewandt ist. Euer Gewissen wird rein sein, wenn ihr von Gott sprecht, aber der freie Wille wird euch entscheiden lassen, welchen Weg ihr gehen wollt. Kinder, wenn ihr tut, was mein geliebter Sohn, Jesus, euch befohlen hat, könnt ihr um alles bitten, was ihr wollt, und er wird es euch gewähren. Dies ist die Zeit. Jetzt segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Kurze Reflexion Die Mutter Gottes warnt uns, dass wir uns in der vollen Erfüllung der Fatima-Prophezeiungen befinden. Es wird noch viele Zeichen auf der Welt geben, die uns helfen werden, die Erfüllung dieser Prophezeiungen zu verstehen. Aber nur mit einem offenen und freien Herzen können wir uns darauf konzentrieren. Die Mutter Gottes lädt uns zum Kampf ein. Wir wissen genau, dass unsere Waffen, die wir im Kampf gegen die Feinde Gottes einsetzen müssen, Glaube und Gebet sind. Wir dürfen in diesem Kampf keine passiven Subjekte sein, denn Gott wird uns am Tag des jüngsten Gerichts dafür zur Rechenschaft ziehen, ob wir wirklich mit ihm zusammengearbeitet haben, um all seine Pläne für die Rettung der Menschheit zu verwirklichen. Darüber hinaus dürfen wir uns nicht auf Kritik und Schuldzuweisungen beschränken, sondern müssen uns wirklich für diese Mission einsetzen, die er jedem von uns anvertraut hat, und wir müssen so vielen seiner Kinder, die vom Weg abgekommen sind, helfen, zu ihm zurückzukehren. Deshalb müssen wir immer über Gott und die himmlischen Realitäten sprechen, denn der Mensch von heute hat all dies vergessen, weil er in einer solchen Verwirrung lebt. Natürlich wird es dann diejenigen geben, die aufgrund ihres freien Willens richtige oder falsche Entscheidungen treffen und die dann vor ihm Rechenschaft ablegen müssen. Lasst uns stattdessen alle auf die Stimme dieser Mutter hören, die wie eine gute und gute Lehrerin jeden Tag versucht, ihre Kinder zu unterrichten, damit sie auf dem Weg gehen können, den ihr Sohn ihnen gezeigt hat. Nur dann werden wir sicher sein, dass er uns alles gewähren wird, worum wir ihn bitten.